gebaut so wir sind wieder über tage mit licht meine augen und wir haben schwein vor der tür und wir brauchen cobblestone guck mal die kiste auf jeden fall ja ja wir laufen mal eben zurück noch aber ohne regen bitte ist schon so in den nächsten tag in der nächsten aufnahme session gehen wir wahrscheinlich erstmal nicht ja ja wir müssen auf jeden fall so oder so vorher noch mal aufnehmen das reicht ja jetzt für sechs tage alle zwölf tage heute über morgen ich muss ja oder wenn morgen auf ich weiß ja nicht wie bei dir so das zeitmanagement aussieht und da hast du morgen hast gelben mäßig muss ich mal gucken was da dann heißt das in unseren nächsten folgen wird werden wir mit unserem ding anfangen mit unserem ding genau ja wo willst du hin ins haus du kannst ja ich weiß so bin ich vorhin schon mal gelaufen und habe ich wohnt dann wo bin ich ja habe ich ja gemeint ja tief aus dem wald komm ich leer auf jeden fall werden dann unter ihr unsere u-bahn anfangen das kann auch ein spaß werden okay am besten machen wir jetzt eine kiste wo nur das bahnzeug reinkommt oder da kommt dann nur bahnzeug rein alter gönn dir sechs stecks schienen andere pack ich mal prob ich mal was extrem minus plus wir müssen das auf jeden fall irgendwie war sortieren irgendwann mal deswegen brauchen nicolai ja ich hab ja ein bisschen schon ich hab ja jetzt nicht alles abgebaut ja aber da versteckt sich auf jeden fall noch hoffenweise zeug okay gut hast du sonst noch was okay da vertraue ich dir mal 24 sagte okay mal gucken was ich mache ernte ich hab da das auch noch aber hier zuckerrohr habe ich ja eben geerntet und kürzlich aufheben also meist jetzt und pflanze ihn wieder neu an alter wie es bei mir schüttet ich sorry falls ihr es im hintergrund hört hörst du was bei mir gut aber es ist schon extrem laut ich höre es ja gerade ich habe fenster auf ekelhaft deswegen frage ich mich jetzt zu pennen und das hoffentlich das morgen nicht regnet ja bei mir kann es ruhig regnen dann finde ich eh zu hause besser hat irgendwie was oh keine ahnung äh ich sortiere hier noch ein bisschen die kisten das was in die äh küche kommt ist ja ein bisschen was wieder dabei an rohstoffen für die krisenpiste kohle silber ok kaktus sind auch geerntet ich möchte noch ein paar mehr anbauen kannst du kannst du tun runter kaktus können wir zum beispiel im keller züchten ja das auf jeden fall oder irgendwie sowas ähnliches können wir ja auch dann noch da im keller basteln jo ich auf jeden fall mal mega stark dafür auf jeden fall das stimmt okay wir haben es jetzt 21 ich bin total müde auf einmal ja und jetzt kommt die zeit einem so lange vor ey das ist der wahnsinn ja ich sortiere noch ein bisschen rum dann ja nächstes mal ist dann geplant wir auf äh nicht der aufzicht sondern ähm dings halt schwecks was ist denn geplant ah ja unser u-bahn-system anzufangen das ist dom hier immer nur live das würde mich ja jetzt mal interessieren ob der wieder durchstreamt oh mein gott er streamt immer noch ok ne auf jeden fall ja hat es uns auf jeden fall jetzt mächtig was erreicht hat sorry ich hab kurz stormy gehört ok ja genau nächstes mal u-bahn anfangen weißt du was ich auch noch gerne machen wird mhm ne aussichtung äh sichtungsplattform in den vulkan rein ok dass wir doch in den vulkan brauchen ja in den vulkan aber kein büro oder sowas halt ja nur so ne aussichtungsplattform irgendwie ja ja kann man machen vielleicht so glas unter das äh unter die lava beim vulkan äh beim aufzug oder so im vulkan ist hätte bestimmt auch was da bei den leitern mhm gucken wir mal ne auf jeden fall erstmal jetzt hier unser u-bahn zeug und ja so dann schauen wir weiter wir haben es jetzt 24 das heißt wir beenden jetzt ne 23 bei mir ist 24 bei mir ist 23 also gehen wir nochmal kurz aufs äh dach genau welche zeitverschiebung weiß ich nicht ist doch beide stimmt gar nicht utc plus 1 berlin auf das gleiche bist du auch angesteuert ja ja aber ein pc sagt 14 24 ein pc sagt jetzt 24 du hast bestimmt utc 0 oder sowas man handy jetzt bin noch nicht so rum der entlädt sich die ganze zeit war das nervt so und mit diesen abschließenden bild verabschiede ich euch dieser vulkan ist einfach nur episch wieder einfach neben unserem haus steht wenn ich mich noch daran erinnere am anfang dieses let's plays wo wir mit nichts angefangen haben das ist echt der wahnsinn gut dann wünschen wir euch genau genießt eure ferien wenn ihr das video vielleicht im urlaub seht mit eurer 1k leitung oder was weiß ich und jo oder auch noch schöne freitage falls ihr vielleicht etwas älter seid und jetzt eher urlaub oder sowas bezieht dann schönen urlaub beziehungsweise schöne freie tage man muss ja nicht unbedingt immer weg fliegen und jo haut da rein